Was geht Leute, mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von Lethal Company mit Alicia, Mary und Paddy, Folge 7. Ja, wir haben echt viel Geld gescheffelt und auch, wo ich gesagt habe, wir spielen zum ersten Mal, es ist ein Gefühl von, als würden wir das erste Mal spielen. Erstmal richtig zusammen gewinnen und nicht so oft sterben. Außer ich wahrscheinlich, ich hab keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal, oh Gott, was ist denn los? Was fucking do das? Oh, verrückt, ist immer gut. Ja, aber richtig. Warte mal, wie war das denn nochmal mit dem Verkaufen hier? Können wir nicht schon verkaufen, bevor wir zum nächsten Planeten gehen oder wann verkaufen wir noch? Doch, hier, am Terminal kann man verkaufen, oder? Oder zur Cell, glaube ich. Naja, wir müssen schon weg genug haben. Achso. Können wir diese Sachen in unserem Schrank lagern, bevor... Nee, die sind zu groß. ...jemand das verkauft? Au net. Wen meinst du da? Ich hör da so einen leichten Unterton raus. Meinst du etwa Mary? Ja. Mary's Vater ist ein Elektriker. Und los geht's. Ah, Taschenlamm. Weiter geht's. Komm, grab. Grab it. Oh. Aggressive life forms. Wow, thank you, Mary. Wer, wer? Ja. Aggressive life forms. Ja, die hast du mir doch grad weggenommen. Vor meinen Augen. Ja, ich da... Ja, da lag einfach eine rum. Und was soll ich das denn mit durchs Deine war, du? Aber du kannst sie auch haben, wenn du sie willst. Oh, da läuft irgendwas. Da läuft irgendwas. Das finde ich. Achso. Sicher? Wollen wir hier zu den Leitungen da gehen? Dass Patty folgen hier. Ja, ja, Patty. Patty hat... Ich kenn den Weg. Ich kenn den Weg. Ja, sie ist oft hier gestorben. Hm. Aber ich... Sehr komisch, dass sie keine Kürbisse sind. Ich hab ein ganz übles Gefühl hier bei der Sache. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, ähm... Das ist nicht hier, Alexander. Und, äh... Kürbisse ist... Äh... Ist doch geil. Ist schon geil. Ist, äh... Kürbissuppe. Nein! Lauf, renn doch, Kerle. Ja, der ist eigentlich, der da rübergefallen ist. Ja. Komm, lauf! Ich hab es gehört. Ja, ich hab es gehört. Ich bin weit, weit weg, aber ich hab es gehört. Ich klicke das hin. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Emotional, damn it! Hey, emotional! Ja, ja! Ja. Hey, ich bin halt alt. Ja, ich muss halt... Es dauert halt bei mir ein bisschen länger. So. Also. Jetzt bitte einmal Anlauf. Oh! El Capitan! Äh... Gibt es nicht vielleicht einen anderen Weg? Deswegen bist du nicht El Capitan, ja? Ja, das ist richtig. Muss er bestimmt einen anderen Weg geben. Wie? Es wird einen anderen Weg geben, nur weil du das nicht nach oben schaffst. Ich hab die Idee. Ich schmeiß jetzt Werbung rein und so lange versuche ich jetzt da hochzukommen. Das kann ja was werden. Und wenn ich... Ich sehe es kommen. Nach der Werbung bin ich immer noch hier. Wie Red Bagsie. Ganz ruhig. Hold your horses. Alles gut. Ich hab alles im Griff. Nein, hab ich nicht. Ich war noch nicht vorbei. Aber, aber es bewegt sich nur, wenn ich weg schaue. Wir müssen ein weiteres finden, weil du hast einen Zug rausgelassen. Ich hab nicht, Adi, vorbei. Es gibt zwei? Weiter, weiter, weiter. Okay, okay. Achso, das ist besser. Adi, sag mir eins. Hat er wirklich so einen Knackarsch, wie ich mir gerade gesehen habe? Ja doch, der ist schon okay, ja. Ja, der ist schon okay. Ja, der ist schon okay. Sexy, sexy, sexy. Und der sieht auf jeden Fall aus, als wäre er oft genagelt worden. Oh ja, definitiv. Ja, ich, 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 ich versuche hier die Deckung zu halten. Ja, okay, ich habe jetzt halt echt ein Problem. Bei Jürgen geht es nicht weiter und ich komme an den Pisten nicht vorbei. Er macht mir Angst. Oh, Mary schreit schon wieder. Marisha schreit schon wieder. Kannst du vielleicht ein bisschen rückwärts laufen? Okay, ich versuche hier ein bisschen zu bewegen, okay? Aber ich habe keine Ahnung. Geh mal ein bisschen weg erstmal, dass der Arm auf mir steht. Okay, hoffentlich sterbe ich nicht. Marisha gesehen. Ich bin ihm sicher. Nee. Marisha, wo bist du? Okay, äh, ein Darlinger bewegt sich jetzt gerade nicht. Ich habe keine Ahnung. Marisha. Oder, oder er ist, hier ist... Okay, doch kein Bug. Was los? Ist das deine Hunde? Oh, hi. Bye. Das hat er super funktioniert. Oh, he is dancing. He must breakdance. Hier macht breakdance. Yeah, yeah. Jetzt kommt gleich ein Skater. Ja, jetzt. Ich schreibe was auf den Tisch. Aber ich bin schlimm, wir schaffen das noch. Wir brauchen nicht mehr viel. Alex, wie schaffst du das immer, so lazy zu sein? Ich meine, was machst du anders als die anderen? Ich trage wahrscheinlich nichts. Ah, daran liegt's. Geht. Okay. Oh, sorry. Ich habe den Schrank wieder verkauft. Nee, du hast ihn nur versteckt. Aber lass ihn dann weg. Okay. Dann soll er weg sein. Ich verstehe dir nur den Weg rum. Was war denn das jetzt für ein komisches Teil? Oh, das war gemein. Aber der war schon super mies. Ja. Und dass er da direkt an der Scheißt hier stand. Wir haben keine Taschenlampe. Ja, aber er hat sich bewegt dann ein bisschen. Aber dann bist du gestorben. Ach nee. Du brauchst keine Taschenlampe. Nee, brauch man jetzt. Eigentlich reicht es, wenn wir einfach immer zwei Taschenlampe haben. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist der way to go. Oh, da hinten ist irgendwas. Da leuchtet was mit zwei Augen oder so. Ist das real life? Ja. Must be good. Let's go there. Das ist ein Eingang. Definitiv. Und das ist bestimmt auch keine Falle. Nein, 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 nein. Das sieht nicht aus wie eine Falle. Das ist der Weg. Du kommst mal zu viel hin. Das ist gut hier. Never ever. Da kannst du so viel zu... Never ever. Never ever. Never ever. Ever ever. Ever ever. Never ever. Ever. Checking. Ever ever. Ever. So. Also, wir brauchen jetzt alle vier was. Oh. Du, du. Was ist los? Ich würde sagen, wenn alle vier... Musik? Party? Wir müssen alle erstmal immer tanzen und einen Schluck trinken, würde ich sagen. Oh, trinken ist eine gute Idee. Trinken ist eine gute Idee. Einen Schluck trinken, alle erstmal eine Runde tanzen, einen Schluck trinken. Sorry, die waren drei. Okay. Trinken, einmal tanzen. D, 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 D. Korinna, du kannst nicht du sein, wenn du nichts in den Chat schreibst. Ja, du musst das reinschreiben. Genau, in den Chat reinschreiben. Wenn du zuschaust, dann musst du auch etwas schreiben. Genau, go Korinna. Wir glauben an dich, komm. Korinna, bist du's? Okay, wir tanzen jetzt auf Korinna. Wir tanzen jetzt auf Korinna. Eins, zwei, drei. Tanzen auf Korinna. Ah, tanzen auf Korinna. Doch, ich tanze. Virtuell. Äh, in echt. Physisch. Oh Gott, aber nicht in gehen. Oh. E, 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 E. Was ist jetzt los? Oh, Mary is gone. Boah, ich dachte schon, ich bin da. Was war das jetzt schon wieder? Einfach die Party gecrashed. Hast du alle einen Schluck genommen? Ja, logisch. Okay, dann können wir weitergehen. Wer kam auf die Idee, keine Taschenlampe mitzunehmen? Wir haben keine mehr. Ach so. Ich bin nur ein Schwab. Äh, no problem. Partjana ist unsere Kapitane. Okay. Ich bin Schwab. Ich bin Kapitane. Wer macht denn immer ständig die Tür zu? Sag mal. Das ist gar nichts, Mary. Guck mal, wie sie überhaupt nicht darauf reagiert hat. Haben wir hier einen Skinwalker unter uns? Was war das? Was ist 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 das? Oh, da kriegt jemand an der Decke, der auch immer darauf reagiert. Aber das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Nein, Mary, sag bloß, das ist eine Falle. Boah, ihr gemeint nicht. Hm. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Okay, ich muss das Bier suchen. Also pass auf, wenn irgendwo das läuft, wenn es da irgendwo eine Falle ist. Da ist Bier. Das ist nichts. Wo ist Lutmann? Musst du deine Brille absetzen? Wo finde ich den Weg? Oh. Was muss ich? Hier ist irgendeine Falle. Du musst deine Brille absetzen. Ja, aber das ist dann immer so ärgerlich. Weil ich schwitze. Ist nicht gut hier. Nicht gut. Ah, oh Gott. Hab ich meinen von VR, also von VR zu Realize, denn wenn du einen Schluck trinkst, musst du deine Brille dann absetzen. Nee, nee, die hab ich dann auf. Deswegen hab ich so eine spezielle Sicht, dass ich dann quasi so ein bisschen die vorderen Kameras nutzen kann. Dann seh ich ein bisschen die Welt und dann muss ich nur suchen, wo die Bierflasche ist. Hier waren wir schon mal Mary. Da hängen die Leichen in der Nummer. Hi, Alicia. Hi, Alex. Wie geht's euch? Hallo. Hallo. Hey. Hey. Ihr. Okay. Ich glaub, die sind ein bisschen verwirrt, oder? Nein. Nein. Das ist traurig. Hast du was? Was? Sackgasse. Ach, ja, klar. Ja, sagst du jetzt! Äh, nein. Äh... Äh... Wer muss in den Garten? Ja, du nicht. Ich muss in den Garten? Du musst entweder trinken oder du musst etwas anderes machen. Was muss ich anders machen? Ja, weiß ich nicht. Das entscheidest du. Ja, man kann ja Kanalpunkte im Stream nutzen. Dann kann ich zum Beispiel Liegestütze machen. Aha. Aha. Genau. Im Stream können die Leute dann entscheiden, was ich machen soll. Nein. Oh, nein. Wer ist jetzt gestorben? Oh, guck mal. Da ist wieder so ein Vieh. Wobei, nein. Guck mal, wie süß. Ich habe gesagt, Patty schafft das. Das sind sogar zwei. Ich gucke mir die mal ganz genau an. Guckt euch mal diese süßen... Ach so, ihr seht es ja eh nicht. Guck mal, wir reden miteinander. Nein. Was ist jetzt los? Suicide. Aus Verzweiflung. Du hast die Kutschstrecke genommen. Ach so. Ja, so kann man es auch machen. Ich weiß nicht, was du da siehst, Alex. Was siehst du denn? Da waren zwei Käfer. Zwei Käfer waren da. Aber bist du in einem anderen Spiel? Weil du bist... Nein, ich bin nur in einem anderen Weg gelaufen. Hä? Das war so schlimm. Ja, das war ja super. Wie viel Geld haben wir jetzt bisher gesammelt? Null. Failure. Failure. Emotional Damage. Ein Level haben wir noch. Failure. Da sind wir alles. Failure. Oh, unser Boss ist nicht happy. Können wir noch was reißen oder... Ja, ein Level geht noch. Logisch. Wow, ihr habt ja alle eine gute Hoffnung. Ah ja, komm. Wir brauchen nur einmal einen guten Spot. Ganz viel Geld holen, dann haben wir es wieder drin. Ich glaube an uns. Dann holen wir es. Okay, Leute. How about this time we really tried? Definitiv. Okay, also wir kaufen zwei Taschenlampen. Und los geht's. Zwei Taschenlampen. Einer wird... Okay, Taschenlampen. Kaufen Sie Taschenlampen. Ich kaufe... Ich guck mir schon mal die Gegend an. Ich bin nicht ganz hinten. Ich bin ganz hinten, das ist richtig. Okay, da hinten ist wieder der Eingang. Oh, ist die gleiche. Was ich kaufe? Marianne ist hier. Wer hat die Taschen... Wer hat die Taschenlampen? Ich hab keine. Wir haben kein Geld. Guck mich nicht so an, Elischa. Ich hab nichts. Kein. Achso, ihr habt schon bestellt. Du bist trotzdem ganz hinten. Ja, ich bin ganz hinten. Ich observiere von... Alles von außen. Okay, gehen wir jetzt in zwei, zwei Toren? Boah, aber... Nein, ich stehe. Oh, nein. Was ist? Der eine ist, weil der Rest ist zwar easy. Wie sehen Sie? Die fallen. Also die fallen waren easy zu finden, aber das Vieh? Nee. Wir müssen einfach mal zusammen... Versuchen, zusammen zu bleiben. Das hab ich von Anfang an gesagt. Boah, Alter. Das ist eine Kompanie-Policy. Du hast nicht die Kompanie-Policy gebraucht, ja? Hast du es eigentlich gemerkt? Wenn etwas passiert, der allererste, der Panik macht, ist wer? Äh, Mary. Was ist das hier? Ah, dance, dance, dance. Der, der, hier, der oben, der oben, der oben. Da oben, da oben, der oben. So eine nette Pose hier. Dieser. Äh, dieser. Dieser. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Du meinst diesen Weg, diesen Weg, diesen Weg. Wenn ich mich sehe, würde ich euch begrüßen. Ich folge, ich folge nur da noch. Ja, Paddy. Da sind wir rechts rum. Und da war ich nicht fertig. Warum ist es so dunkel? Hier? Oh, nee, das ist der komische Rübersprich. Wenn ich sterbe und ich Patty gefolgt bin, dann weiß ich, meine Freundschaft ist zu Ende. Dann alles in Form. Oh, oh. Mary, bist du noch da? Ja, du bist gleich, Maryanne. Maryanne! Guck mal, es rollt mich schon, so wie ich. Oh, eine Schraube! Was? Lieder, Lieder, gibts mir, gibts mir, gibts mir, gib mir die Schraube. Komm, ich bin Packesel. Warum denn? Oh, das ist immer nett. Sorry, wir alle schreien durch diesen Walkie-Talkie. Kein Wunder, hören uns diese ganzen Geschalten hier? Ja, meine Worte, ihr Trampeltiere. Ja, du, aber das Schlimme ist ja, wir hören sie ja auch nicht. Oh, Lord, wir hören sie nicht. Wer hört uns nicht? Da, 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 da. Oh, wir sind am Eingang. Wir sind am Eingang. Okay. Skritte. Ah, Reagenzglas, okay. Da, 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 da. Star Wars geht anders, Elisha. Wo ist Mary? Mary. Wo ist Mary? Was hast du mit Mary gemacht? Was hast du mit Mary gemacht? Wo? Was? Elisha, mach mir ein bisschen Angst hier. Party. Ach, da ist Mary. Oh Gott, hör doch auf. Was ist los mit euch? Ist das die Sauerstoffkonzentration, die ein bisschen gering ist hier in dieser Umgebung? Da, 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 da. Oh, 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 oh. Du, da, du, da, du, da, du, da. Okay, Leute, bewege. Bewege. Bewege, Leute. Also gut. Jetzt ist Ruhe. Läuft. Okay, kurz brainstorm. Also, geradeaus waren wir schon. Ja. Jetzt gibt es nur noch links diesen Link-Fackweg. Ah, warte, hier, hier, hier. Auf die Kaffee da. Let's listen to Capitane. Nee, Tisch. Nix. Also gibt es eigentlich nur noch diesen Abfahrtweg. Hier muss man springen. Oh nein, wir haben doch kein Licht. Wir haben kein Licht. Ich sehe hier nichts. Haben wir uns eine Taschenlampe? Nope. Das ist die Stange. Oh nein. Ich weiß halt nicht, wie weit die Stange geht. Ich weiß halt nicht, ob sie drüben ist oder hier. Sorry, okay. Du hast nichts, du hast nichts, gar nichts. Das ist bloß einfach rein. Alicia, komm. Oh, Alicia, leider. Oh nein. Die lacht, als sie gestorben ist. Äh? Ich jetzt? Jetzt musst du es machen. Nee, nee, Mary, du nicht, du hast Sachen. Mary, du hast Sachen. Hä? Ich hab doch nur ne Tröte. Das ist eine Sache. Steht viel wert. Und das ist eigentlich die wichtigste Sache auf der ganzen Welt. Und Alex ist richtig gut in Springen. Ja, ich muss nur detimieren, wo hier das Ding runtergeht. Und dann kann ich ausrechnen, wie weit ich da... Okay, danke. Du bist der Hand. Das ist fein. Wow, wie seid ihr von dem Ding gestorben. Aber es hätte fast funktioniert. Ich war nah dran. Oh Mann, Mary, no. Was? Mary? Was passiert jetzt? Was passiert hier? Was? Oh. Was war es dann wohl? Oh mein Gott. Hey, wir sind ja ein Superteam hier. Bitte, Jeff, ich muss noch ne Chance tun. Wir sind ein Perfekt-Team. Es war ein Failure. Schon wieder. Wir haben auch noch gar nicht so schlecht. Nein, noch. Komm, los geht's. Nichts in Runde. Komm. Noch ein Praktikum. Hä? War ein Praktikum. Huch. Komm schon. Oh, oh. Haltet euch fest. Irgendwo festhalten. Dann kann uns das Ding nicht mitnehmen. Einfach irgendwo festhalten. Einfach irgendwo festhalten. Ja, genau. In den... Oh. Es hat länger gedauert. Ja, so schnell kann es auch gehen. War wohl nix mit zusammen festhalten. Nee, aber dafür haben wir jetzt gute Musik. Das ist ne gute Idee. Aber ich kann's erst mal. Lass das mal versuchen. Ja. Aber nie alle. So. Ich glaub, vielleicht weiß ich was gekauft. Oh, okay. Soll ich das Level starten? Yes. Ja. Wir schaffen das. Auf jeden. Los geht's. Oh, Geil. Oh, nein. Okay, wo müssen wir lang? Ich muss die Flashlights holen. Oh, die Flashlights. Ich glaub, die spawnen hier doch an der Seite, oder? Ich glaub, schon. Nee. Wir hören zwar nicht. Der ist richtig bestellt bei Amazon. Wahrscheinlich nicht. Hast du? Hast du Upframe bestellt oder kommt's erst morgen? Oh, nein. Ich hab die falsche Adresse eingezippt. Oh, no. Einmal mit Ofis. Alter. I'm sorry. Du kannst ja gucken, aber ich hab... Ah, es kommt. Oh, Gott. Oh, Gott. Beruhig dich. Also. Kein Vertrauen in El Capitan, oder was? Hier. Folge der Musik. Oh, mein Gott. Komm jetzt. Komm jetzt. Kleine, auf geht's. Oh, eine grüne. Was ist das für eine? Schluck trinken. Trinken, okay. Das ist die Noob. Das ist die Noob-Flashlight, ja. Ach so. Das ist die Noob-Flashlight. 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 Ich muss mein Bier suchen. Die, 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 die. Ich nehm sie. Wo ist mein Bier? Ja, hier. Ah, danke. Okay. Okay, ganz. Also gut. Wo ist mein Bebel? Er sagt hier. Er sagt danke. Hier. Okay, Leute. Da, da. Folge zu mir. Ja. Ich glaube, dass es hier lang geht. Nee, da. Da, da, da. Hier. Äh, Frau Capitano. Hier. Ich kann nichts dafür, dass du trainiert hast. Links, rechts. Okay, seid ihr ready? Spend da. Ja. Okay. Und los. Okay, let's go. Bitte Anweisungen geben. Ja. Hallo, Leute. Moment. Oh, trinken. Wenn wir in einem Raum sind. Trinken. Ein Schluck trinken. Ich weiß auch nicht, warum. Wir sind geschafft. Ach so, warte. Ich muss suchen. Wo ist mein Getränk? Okay, los. Tü, 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 tü. Taschenlapen, Leute, hier. Also, Leute, mit Taschenlapen gehen vor. Okay. Alle Leute mit Taschenlapen gehen vor. Aber alle gleichzeitig anmachen? Nee, oder? Nee, nee. Der erste. Der erste. Ich bin vorne, Mary. Okay. Ich bin Kapitan. Mario! Toi, Kapitan! Oh, Gott! Toi, Kapitan! Ich bin der Ex. Toi, Kapitan! Merkt man diese Sicht, dass ich tot bin? Ich glaube, die haben das nicht geblickt, dass ich tot bin, oder? Okay, weiter. Mal, Kind. Du musst noch zwischendurch ein bisschen was sagen, damit wir deine Stimme folgen können. Ähm. Ah! Das ist alles Proximity. Ähm. Was ist das? Wie? Ähm. Ähm. Was ist das? Ja! Iis! 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 Ähm. Iis! Was war da? Nix! Kann jemand unterwegs noch bitte die Taschenlapen holen? Oh nein! Wie viel? Ist der tot? Hatte jemand doch noch nicht gesehen, oder? Wer ist tot? Ja. War eine Idee? Das war's. Oh nein! Das war absolut nicht irgendeine Stimme. Alexander, bist du's? Alexander, wo bist du? Er war Patti, was war denn da? Alexander, bist du's? Alexander, bist du's? Ja, nehm ich mit! Wie ist das? Alexander, ich bin jetzt schon. Aber dann sollten wir hier vielleicht nicht weiter. Ja, aber wir können ja noch daran. Wollah! Nee, es gibt ja, wir können wieder zum Eingang und dann einen anderen Weg nehmen. Okay, wo ist der Eingang? Ich wollte nicht. In diesem Fall gibt's ja mehr. Ich baue die Hände. Ähm. Ja? 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 Ähm. Ja? 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 Ich bin weitergeguckt. Hey! Ich bin weitergeguckt. At this moment, she knows she's fucked. Hallo? Ja, wow! Mein Vater! Willkommen im Team! Und Marianne auch. Komm mal! Wie ihr es einfach nicht geblickt habt, dass ich gestorben bin, gleich am Anfang? Nee, ich hab's nicht geblickt. Nee. Nein, ich hab's auch nicht geblickt. Erst als Patti dann gesagt hat, da kriegt er eine Tasche. Oh, 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 oh. Woher kommt die? Das ist eigentlich erst. Oh nein, sie sucht mich noch. Ich hab's nicht geblickt, dass jetzt alle tot sind. Ach nein, wird sie definitiv. Komm, eine Schraube. Gleich eine Schraube gefunden! Hinten! Ernsthaft? Lass uns! Oh, nein! Warte, 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 du dumm! Was denn? Die falsche Richtung! Nee, da war der richtige Ausgang. Warte, da war der Ausgang. Ja, geradeaus. Aber ich dachte, du bist links gelaufen. Ja, das hab ich da nicht so ganz... Oh, man hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm, ja? Eieiei. Ja, aber wie er mich gleich genommen hat. Ich so, mach, ja. Und dann zack, tot. Das war die Strafe, ehrlich. Ja, und Alicia lacht halt noch und ich so, äh, hallo? Habt ihr es nicht gemerkt? Ich bin tot, hallo? Deswegen musst du immer hinten laufen, weißt du? Ach so. Wieder zwei Flasher kaufen. Immer erst El Capitane vorlaufen lassen. Ja, das ist richtig, ja. Haben wir Geld? Geld. Wir haben nur sechs Dollar. Sechs Dollar, ich glaub, dafür gibt's keine, keine Flasher. Gibt's keine im Angebot. So bei Wish oder so, für... Sechs Dollar? Come on. So, für eins Komma irgendwas Dollar. Was ist das für Freis? Eins Komma fünf müsste es sein. Oh, Alicia, Alicia ist im Dance Move, okay. Oh ja, oh ja. Kann, kann ich an Beatboxen? Ja. Ja, bitte. Give us a beat. Oh ja, oh ja. Oh, breakdancen, Elisabeth breakdancen. Okay. Jetzt haben wir wieder keine Flasher. Was ist das für ein Move, ey? Große Verschwendung für uns. Da lang geht's. Da ist ein Viech. Ich weiß nicht. Da ist ein Viech. Komm, lass mich fliegen, lass mich fliegen. Oh ja, ich will jetzt auch fliegen. Ich will fliegen, komm. Komm, komm, wie ein Kleiner. Ja, komm, flieg, flieg, flieg. Komm, komm, komm schon. Lass mich, komm, so schwer bin ich doch gar nicht. Mann, hallo. Komm, komm, einmal. Lass mich einmal fliegen. Einmal im Leben. Komm schon. Komm jetzt doch. Mann, was ist das? Du bist halt so leidig hier lang, ne? Ja, dann rammelt der halt meinen Kopf. Leid, man denkt, hier müssen wir diesen Menschen hier vertrauen. Ja. Ja. Oh, hier ist die Leiter. Mach hin. Nein, hast du's jetzt auf meinen Kopf getan, oder wie? Und wehe, du kannst fliegen. Wehe, du kannst fliegen. Wehe, du kannst fliegen. Oh, nieso kannst du fliegen. Oh, fast nach oben. Wie ist das? Komm mal. Irgendwas ist auf meinen Kopf. Ja, du bist nicht auf meinen Kopf. Was ist denn da drin? Das ist was Gutes. Psychos. Du bist Pilot. Ich war jetzt Pilot. Oh, was soll das? Ja, wer? Was soll das? Lisa, du bist besser hochgekommen als ohne. Nein! Goodbye. 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 Komm, du kommst da doch richtig wieder hoch, wenn du einmal fliegen. Oh, mein Gott. Genau im richtigen Moment hat der Sprintner aufgehört. Ach, sie ist immer noch nicht da. Du hast da was am Kopf, gell, Elisha? Oh, ja. Nehmen wir den einfach mit rein, oder? Ja. Ja, nehmen wir den mit. Boah, ich hab... Leute, ich hab den Thomas. Hallo! Meldet mich? Leute, wir wissen noch, was zu tun ist. Hallo! Da wachsen wir mal! Danke, das wird Platzinha. Blicke. Ich höre jetzt hin, erste Schraube. Weiter geht's! Oh, Mine! Mine! Party! Mine! Oh! Warte, was gehört? Ich hör's. Zwei Minen. Ja, ich seh's nicht. Ja, ist denn glaubt da nicht ein... Zwei Minen sind hier, zwei Minen. Man sieht sie. Aber wo? Ja, sie leuchtet rot. Ach so, ja, dann ist deine Sik. Aber hier, Sackgasse, hier ist er. Ah, nee, da geht's lang. Warum geh ich eigentlich nach vorne? Hat jemand gleich schlecht? No. Mary Claire. Ist okay, hier. Komm mit zehn. Vorsicht, der Ton wird lauter. Warte, 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 warte. Stop, 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 stop. Ich hör was. Nicht die... Beruhigen Sie sich. Kann man die vielleicht entschärfen? Warte, vielleicht kann man die entschärfen. Warte, warte, ich klär das. Ich hör was, ich klär was. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Nee, geht nicht. Geht nicht. Nicht drüberspringen. Wir müssen drüberspringen. Alex, spring. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Danke. 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 Dann sag dich dass es asozial war, dass ich dein Krach aufgenommen habe. Nein, dass du ihn fallen gelassen hast habe ich gesagt. Da kann ich doch nichts炒, wenn ich anger 54 Citronen gebe. ласт werde, was soll ich denn dann machen, wohin weiß ich hier. Du hättest meine Beine nehmen können, mit den Beinen hättest du den Käfer erschlagen können. Hey, 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 hey. Drück mal hier die rechte Maustaste, dann können wir'voten. Was? Ich brauch keine rechte Maustaste. Aber dann kann man leider nicht voted. Mary, geh einfach. Marianne! Nein, das war falsch! Marianne, wir müssen unsere Energie bündeln! Marianne! 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 Marianne, geh! Marianne! 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 Geh einfach, Marianne! Ja, guck mal, es funktioniert! Marianne! Nein! Marianne! Los, mehr Energie, mehr Energie! Marianne! Marianne! Guck, funktioniert, funktioniert! Ja! Marianne! Marianne! Fliegen Sie! Was denkt sie jetzt nach? Kommt nicht auf dumme Ideen! Nein! 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 Denk nicht an das, was du denkst! Geh nicht zurück! Geh nicht zurück ins Licht! Nein, nein! Flieg einfach weg! Lass uns im Stich! Es ist vollkommen okay! Ob wir noch leben! Ja! Marianne! Hey, lass uns zurück! Seid ihr noch da? Hallo! Lebt ihr noch? Oh! Oh! Okay, falls ihr lebt, es tut mir leid! Ich gehe! Ja! Ist okay, Mary! Oh! Da kommt ein Riesenmonster! Mary! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Oh! Gott! Oh, Lord! Ja! 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 Sie sieht so gechillt aus, ja? Ja! Mega gechillt! Oh! Ich hab's gewusst, dass Marianne uns kontaktieren wird! Eine Ahnung! Wenn wir noch am Leben! Eine Ahnung! Schombino! F! Hallo! Hallo! Aber wie ist einfach diese Energie gebündelt, hat einfach funktioniert! Wir haben sie in den richtigen Weg gelotst! Ja! Mary, du hast alles richtig gemacht! Sehr gut! Ja! Alles richtig! So! Wir haben dich gerufen aus dem Jenseits! Dass du nicht zurückgehen sollst! Und wie seid ihr gestorben? Und wie seid ihr gestorben? Oh! Wir haben kein Gild! Keine Ahnung! Wir machen noch eine Runde, oder? Dann beende ich die Folge und dann machen wir nochmal weiter! Ja, dann würde ich... Ja, dann würde ich... Ja, dann würde ich... Ja, sehr gut! Das möchte ich hören! Ja gut, aber wir werden ja noch einen Tag! Achso! Ja dann! Vollgas! Soll ich nicht einfach... Okay! Okay! Ending Episode! End mal! Boah, ich muss sowas von strullern die ganze Zeit schon! Aber es ist so spannend! Wir fangen... Ja! Sterben können wir! Auf jeden Fall! Sehr gut! Geld haben wir noch nicht so viel! Aber Marianne! Hat's halt drauf! Genauso wie das ganze Team! Ja, was machen wir? Es ist immer interessant den Leuten im Hintergrund zuzuhören! Aber wir ballern auf jeden Fall noch eine Folge rein! Bis zum nächsten Mal! Euer Fox! Fox out! Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox! Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Weäh! Line, da, ja! Und dann lasst auf das Video... Dann lasst